hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge vom spiel drake hollo episode 1 lp hat die düsterwelt betreten warum du warst doch gerade sowieso mit mir in einer lobby hallo zusammen ich habe total vergessen was wir alles machen müssen der hier schläft gleich guck mal das müde der da hat ein bettchen doch der ist müde und ist hier einfach am spielen saurei kann man count down wir haben noch keinen counter warte mal ich habe hier oben habe ich hier eine quest also ich habe nur eine quelle stufe reiche stufe 4 ich kann gerade überhaupt nichts mehr irgendwie ich weiß nicht das nicht drücken muss und nichts da oben ist noch einer den wir aufwecken müssen ein paar verseuchung stufe 11 nicht entdeckt ach so da waren wir noch nicht drauf gegenstände da würde ich sagen gehen wir mal da diese insel nach oben oder wie viel habe ich denn von diesen zehn stück habe ich noch davon ich habe 15 wird immer protokoll was steht hier unter protokoll hilfe nachrichten ich will keine hilfe nachrichten habe ich auch viel was eigentlich mit outfit ach so ja doch das habe ich ja ganz am anfang mal gemacht genau siehst du ich habe schon wieder alles vergessen hier tasche weißt du noch wie man kräfte das weiß ich nicht mehr ach so stimmt einmal kurz drücken okay die frage ist jetzt davon hatten wir alles gebaut in der letzten folge den kessel und so weiter haben wir brauchen stoff wieder einfache kuriositäten werkstatt hatten wir hier schon stehen ja da hinten betten konnten wir glaube ich keine mehr machen da fehlt uns der stoff ja das ist der yoga ball okay also da haben wir soweit alles gemacht das ist schon mal schön dann kuriositäten dazu fehlen mir ach so diese leuchtsplitter brauche ich dann wieder dafür okay das heißt ich kann jetzt erst mal keine machen da müssen wir erst mal gucken dass wir dahin laufen darum geht es dann kommen wir mit schatz wo bist du ach da ist schon wieder okay ich laufe gar nicht in die richtung wieso guckt er in die richtige richtung läuft aber nie falsche was das denn doch jetzt bin ich mal richtig ach du bist rosa deswegen habe ich falsch geguckt bin ich ja dann guck mal auf m da will ich nicht gucken sache ich kann mich ja nichts mehr erinnert ist schon so lange her dass wir gespielt haben eben zweite zehnte ja schon zwei wochen her jetzt sind wir hier aber richtig jetzt müssen wir eins nach oben und dann eins nach rechts komm mit äh stopp 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 ja dann komm ja ich kann nicht rennen er sprintet nicht was ist das rennt die mir einfach weg ich wäre fast verreckt ja wir rennen ja immer deswegen ja wie rennst du es rennt nicht bei mir mit schiff bei mir nicht mit e einsammeln habe ich gerade wieder gemerkt oh gott ne schiff ist nicht rennen doch schiff nein kommst du ja aber komm komm mal du rennst doch gerade ja aber es ging eben nicht du bist irgendwie so weggepaste irgendwie das war abartig dann kann ich die nicht aufnehmen warum habe ich das gehauen ach so ja warum du gehauen das weiß ich nicht aber doch wie gesagt du musst mit e aufnehmen aber hier war doch schon immer nicht mehr wir waren wir doch schon wir müssen jetzt relativ links also hier so durch und dann auf die kleine insel die dahinter ist da war man nämlich noch nie da waren wir schon ach so die rechts die meinen die ja da waren wir noch nicht da müssen wir nämlich nach oben warte mal was ist denn das hier eine blau pause haben wir links liegen lassen wo auf dieser großen insel dass uns erst mal eben hier zur kleinen so da welche willst du gehen dann wurde der kleinen wo wir stehen ja schaffen wir das in einem ja komm ja geh okay mir ist gerade so schummrig wie schummrig weiß ich nicht mehr vergraten wieso kann man die jetzt hier nicht mehr einsammeln was ist das denn hier bis noch da ja ich bin hier draußen diese pflanzen kaputt machen hier drin ist glaube ich ein boss gegner an den blumen moment moment ich komme entweder hat er hier gezählt wie viele der schon umgebracht hat oder ich weiß es auch nein nein ich bin hier reingefahren ich sterbe ich sterbe ich komme nicht wo bist du nein ich bin tot ach da unten ja ich sehe dann absteigen kommt man da von oben dran ist es aussieht nicht das ist natürlich miss wo bist du jetzt du bist auf der insel hinten ich bin wieder zu hause ja das ist echt scheiße weil ich habe nicht ich habe nicht die geist reise machen aber keine ahnung wie die jetzt problem ist ich habe nicht die dinge um da jetzt noch mal zu dir rüber zu laufen dich abzuholen sonst kommen wir nicht mehr zum nächsten ziel rüber wo bin ich hier die komplett falsch oder was ich bin auf der ganz anderen seite wird sie mich verarschen das läuft ja super gerade schon wieder ja das ist aber echt warum kann man nicht irgendwie hin teleportieren geist rein da muss dahin laufen trotzdem man für eine geist reise musst du laufen ja ich bin gerade geist ich kann jetzt zu dir laufen das mache ich gerade was dann aber passiert weiß ich nicht ob ich dann da respawnen kann wieder oder wenn ich kann ich dir auch nur zugucken das wäre richtig scheiße aber es haben sie also spiel haben sie ganz süß gemacht auf der einen seite auf der anderen seite aber auch irgendwie seltsam gerade mit diesen jetzt haut der ab was macht der denn da ach der hat neue geholt scheiße hier sind grunzer das problem ist ich bin jetzt zwar hier aber ich kann hier mein grab stein ja nicht nehmen weil er da unten ist was soll ich jetzt hier machen ey ich hab auf dich ich bin tot nein ja geil ich hab jetzt auch die geist reise jetzt weiß ich was du meinst ne bitte nicht die sachen da oben von mir ich komme mir nicht hoch ja du kannst dich dann wiederbeleben aber ich komme hier nicht ach ich bin doch doof ich hab doch so ein ding ja aber wie belebe ich mich dann wieder wenn ich da angekommen bin ja du musst da hingehen bist du irgendwo reingefallen weil das war die scheiße ne ne der typ hat mich kaputt gemacht hier sind ja rote rosen rote rosen weil ich ehrlich gesagt solange ich mir gespielt habe ich wusste doch gar nicht mehr wie ich mich heile und nix weiß ich immer noch nicht nebenbei bemerkt das hatte irgendwas mit kuh zu tun aber ja ne du musst mit 3 auf 3 drücken auf die heilsalbe umschalten hallo hi hä ach da bist du lass meinen grab stein in ruhe ist der noch hier der typ ja ja der muss ach so das weiß ich nicht wo ist denn der gewesen ach so halt nein du hast meine sachen geklaut ich hab's gewusst ach so mann da hab ich jetzt so hart für gekämpft gibst du dir gleich wieder außerdem gehen die doch in ein ding rein ja ich muss damit aber bauen ja aber drinnen war doch noch ein bord toll die ganzen sachen sind jetzt weg hier scheiße das sind die steine und alles die ich gebraucht habe ja die gebe ich dir dann oh da ist noch einer da war einer da ist immer noch einer sag mal kann ich die mal treffen ach da muss ich was warte mal halte e vorratslaster verbinden ach so mit x kann man das machen verbinde vorratslaster mit wegpunkten ok das heißt jetzt was das kann ich das kann jeder gehen können gucken aber ich habe keinen wegpunkt den ich gerade sehe siehst du ein hast du keine ahnung was das soll ja warte mal da hinten kommt ein gegner ach der ist immer noch nicht tot gewesen da hinten ist so ein teil auf dem in dem in dem zeugs drin ja lass uns doch erstmal die insel weiter erkunden die ist doch noch gar nicht nein ich sag nur da hinten ist was in dem zeug drin das ist auch wieder scheiße gemacht irgendwo hier drinnen müssen wir was machen hier hier können wir auch wieder ach so das ist die gleiche wo ist denn dieser boss gewesen ja in dem in der höhle unten wo ich gestorben bin ähm und wo habe ich jetzt die heilung drauf gehabt auf drei ich habe nur die angriffe nein ach so damit kann ich ah ja ok manifest das ne umschalten ne da habe ich nur funken ja dann hast du kein heilsalbe mitgenommen dann hast du keine ähm quatsch ne c nicht cool wie komme ich jetzt auf ähm also du brauchst dafür eine schlafgabe und äh also ich habe keine schlafgabe so heilsalbe so heilsalbe okay also auf drei bei dem boss ist das besser was denn der boss ist doch gar nicht hier doch hier komm mal mit da hinten der sieht irgendwie gefährlich aus ja deswegen will ich dir noch nicht alleine angreifen aber wir dürfen ja auch nicht reinfallen ne pass auf äh ach wir können mit dem reden weinerlicher Eckins du fragst dich wie lange ich schon hier bin zu lange du kannst die Markierungen an der Wand zählen eine für jeden Tag ich habe aufgehört zu zählen ich markiere einfach immer weiter es gibt sonst nichts das ich den lieben langen Tag tun könnte oh Gott das werden wir alle ohne Internet alter weinerlicher Eckins nur ein schlaffer Haufen alte Knochen armes Kerlchen sollen wir Freunde sein oh ich glaube er will kein Freund sein er ist am weinen kann ich nochmal mit dem reden ne ne weißt du ich war einmal verliebt noch so ein Fehlschlag aber es ist wahr als der alte Deodat anfing mit den verborgenen dunklen Künsten zu hantieren kam ich dabei heraus Experiment Nummer eins er war nicht gerade zufrieden mit mir und er schuf weitere und ich habe mich Hals über Kopf verliebt so wunderschön nun ja ich schätze ich war einfach nicht unbändig genug ich habe einen Arm in dieser Beziehung verloren er ist aber nachgewachsen natürlich schwächer als vorher aber er ist noch da hängt einfach da an mir dran okay kann ich nochmal mit dir reden Gefallen dir meine Rosen sie sind durch meine Tränen so groß geworden sie brauchen nicht einmal Sonnenlicht Höhlen Rosen ich glaube sie sind eine Allegorie oder eine Metapher wie auch immer meine Tränen scheinen ihnen den besten Nährboden zu bieten du sitzt also auch hier fest was war ja klar ich würde dich ja fragen ob wir nicht Freunde sein können äh Moment aber ich kenne die Antwort ist schon gut ich werde mich wohl einfach ein bisschen im Staub verkriechen warum nimmst du nicht meine Sachen ich brauche sie nicht bis dann dann nimm mal seine Kiste hier ich habe extra gewartet Schnürsenkel, Feldjacke, Polsterrest okay ja wie du hast keine eigene bekommen? nein man bekommt hier keine eigene Hä? was ist denn da in diesem Kirchturm da hinten? äh das weiß ich nicht aber wir wollten ja sowieso aber wir haben noch einen Plan stopp hier wir brauchen noch einen Plan der ist noch hier äh ja der ist das ist aber nicht der Plan äh das ach ne das können wir noch gar nicht gelesen haben eine Notiz von Sarah Ho die Ankunft das erste was ich nach meinen Erwachen hörte war der Gesang eines Vogels als ich jedoch meine Augen öffnete sah ich seltsam anmutende Bäume es war als würden sie sich zum herunterbeugen als würden sie sich zum herunterbeugen hä? um mich schützend zu umgeben ich hörte Geflüster ich wurde offenbar in das Grün gehoben und sah mit Erstaunen wie meine Verfolger vorüber gingen als sie fort waren wurde ich wieder sanft auf den Boden gesetzt doch ich wusste dass die Gefahr längst nicht vorüber war ich wusste nicht was ich noch tun sollte noch wohin ich gehen sollte bis der Vogel begann mit mir zu sprechen ich meinte den Verstand verloren zu haben aber ich folgte seinem Rat hatte er doch mein Leben gerettet okay Überfall in neun Minuten scheiße ich hab's gewusst wo ist denn die Blaupause die ist hinter uns hä? ach hier glaub ich oder? ich hab jetzt aber keine Blaupause gefunden oder ist sie auf dem Berg weil wir müssen uns beeilen wir müssen gleich wieder zurück ich verstehe nicht was mit diesem Versorgungslaster das muss noch irgendeine Verbindung geben ich hab irgendwas gehört ach da oben ich bleibst du hier hab sie ähm sollen wir mal ganz schnell hier auf die andere Seite bevor wir zurück gehen weil da ist auch noch eine Blaupause dürfen wir nur nicht trödeln da musst du mal auf mich warten wo willst du jetzt hin? auf die andere Seite wir haben keine Zeit mehr äh ach so scheiße äh so da waren wir doch schon hier ja trotzdem haben wir die Blaupause nicht mitgenommen wie gesagt wir haben nicht viel Zeit was war das gerade? äh rechts von uns wahrscheinlich da drin oder wie? ne dahinter also hier drin ist nichts also bei mir ist sie hier unten hinterm Haus vielleicht warte ich glaube Schnürsenkel ne Trinkpäckchen oh die ist rechts von mir hä? nein oh ist nicht dein Ernst dass der mich da jetzt runter geschleudert hat ja geil ich bin kaputt wie du bist kaputt super ähm dann bleib ich mal im Lager am besten direkt ne ja geil ich hab hier einen der mich mit Feuer hier angreift hallo hast du ein Geschenk für mich? ah Dankeschön äh Kleinkindalter also hallo ja ja aber musst du dein dein Dings nicht wiederholen? dein Lebenszeug dein Reibstein? äh ja aber da die haben 5 Minuten kommen wir müssen ja dann eh wieder da rum ok ok die hab ich doch schon, oder? ich find die scheiß Blaupause nicht ich bin direkt drauf, aber ich find sie nicht aber die Blaupausen waren noch für uns beide wenn ihr einer eingesammelt hat, ne? ach das ist gar keine Blaupause das ist keine Blaupause das ist keine Blaupause wie zeig ich dir die Blaupause an auf der Karte? ähm warte mal, wie war das jetzt? oder ach nee das war wahrscheinlich die, die ich schon hab und du hast die nur nicht wahrscheinlich äh äh was ich nur grad nicht weiß wie konnte man jetzt noch mal ach nee das war doch in dem gleichen Menü hallo? das war doch in dem gleichen Menü oder nicht? wo man die freischalten achso hier freischalten mit einer Blaupause äh linke Taste boah ah wir können Baume Bäume äh pflanzen ich kann auch nochmal reden hier achso Bernsteinsplitte ok schaffst du den Überfall alleine oder soll ich zurückkommen? ich hab keine Ahnung ich denk mal, dass die auch immer stärker werden, ne? oh, da drüben ist ne Straße Brücke, ne Brücke mit dem Haus, dem größeren da kommt man auch hin nicht weit ich weiß gar nicht mal wofür wir jetzt das Holz eigentlich du bist ja auf der Fabrikstraße du bist ja gegenüber hier auf der anderen Insel ich bin zuhause hä, bei mir was ist denn das Dreieck? Vorrat, ach das ist der Vorratslaster und was ist das hier? Dreieck Vorratslaster? kann man hier nicht noch irgendwas anderes einsammeln? ja, ja, ja ich weiß, ich bin ein sprechendes Tier und nicht das einzige hast du jemals von den Vertrauten gehört? schwarze Katzen, Krähen, sowas eben totaler Mumpitz in deiner Welt hier bei uns sind sie absolut real, wie du selbst sehen kannst die Geschichten, die du in deiner Welt gehört hast stammen von denen, die es hierher geschafft haben und dann zuhause davon erzählt haben aber wenn einer von uns vorüber geht wird es in unserem Kopf nebelig und unser Verstand ist futsch also leben wir weiter hier auch wenn die Nachbarschaft in den letzten Jahrhunderten ein bisschen den Bach runter ging ok kann man hier irgendwie kann man die nicht auch nehmen? das kann man aber noch nehmen, bevor die kommen auch wenn ich nicht genau weiß, wofür die eigentlich waren ich weiß irgendwie überhaupt nichts mehr knapp ne Minute kommen die ich hab aber nur noch 6 von den Dingern ich weiß nicht, ob ich jetzt noch welche machen kann wieder Mann, was ist das? man trifft die nicht immer, die Viecher ja geil, der hat mich jetzt schon wieder runter gehauen ne, das wollte ich doch gar nicht äh hä? ja, was haben wir denn? dankeschön da haben wir noch nix Budget für Verbesserungen 12 von 20 steht hier übrigens ok steht irgendwas mit Föhre? Föhrenzapfen, als ob wir das achso, Moment achso, ne, das sind die Bäume, die wir machen können ok, dafür brauchen wir dann wahrscheinlich Föhrenzapfen ok kann man sich irgendwie heilen hier? ne, ne? ach, du bist ja wieder hier, hast du mich jetzt erschreckt achso, du hast nicht alles, was du brauchst mir fehlt, naja, ich hab doch so viele von diesen Splittern bekommen wieso fehlt mir denn immer noch einer? oh, es geht gleich los 10 Sekunden was willst du denn, mein Kleiner? mit dir hab ich doch grad schon mal gesprochen hast du so schnell wieder Geschenk für mich? Überfall ok, du guckst in die Richtung, ich in die andere bei mir seh ich noch nix bei dir ist irgendwas ah, ne, das ist nur in der Mitte rot angezeigt, ne? bei dir? sag mir, wenn mehr kommen auf deiner Seite das sind drei Stück, ich sag extra noch Sachen mehr, wenn mehr kommen ich bin gestresst gerade ja, danke, dass du die Sachen aufnimmst von denen da hinten kommt ein großer ich bin tot fast ok, ich hab mich gehalten nimm du die Scheiße auf, komm hallo achso, das muss man kaputt machen hier ist, ne war's doch schon? oh, ok man, wieso komm ich da immer noch rein, wenn ich von hier aus Tab drücke? Leuchtsteinsplitter kann ich die Salbe nochmal herstellen? kann ich das nur in der Bank hier? wird zum herstellen verwendet na toll Leuchtsteinsplitter hab ich aber nur einen was brauch ich denn da noch? wertvolles Material für die Herstellung ich hab keine Schafgarbe, ok wo war das? soll man nochmal los? ich hab keine einzige Heelsalbe und ich hab keine Schafgarbe, um die zu machen ich guck gerade mal, ob ich irgendwas finde, aber jetzt ist alles abgeholzt nur ja warte mal, Wegpunkt verbinde Vorratslaster mit deinem Lager, um mit diesen praktischen Gerät Baumaterialien zu sammeln ja das wollte ich ja machen das wollte ich ja machen, aber das ging ja nicht ich hab ja keinen Weg gefunden, wo man da hin achso ich hab jetzt einen hergestellt, aber was heißt das? nein, wir müssten so einen Laster praktisch auf der einen Insel erstmal platzieren oder haben was hast denn du hier drin? ach, oder müssten wir das dann drüben machen? ja klar das ist alles benötigt Ressourcen ja, jetzt hab ich das hergestellt und nun? verbinde ja, was macht der denn hier? boah ey das ist ein Rohrkulben also, ich würde jetzt erstmal sagen, jetzt wo der Angriff vorbei ist, machen wir mal eben eine kleine Pause und gehen dann in der nächsten Folge wieder zu einer weiteren Insel bis dann ciao bis dann, ciao hat